Das Schwänzchen von einem Hausschwein ist verringert. Das liegt auch daran, dass bei der Zucht die Sehnen, die die Schwanzwirbel zusammenheben, die zwei, die hier entlang laufen, ungleich lang wachsen sind. Und darum wird das Schwänzchen immer auf einer Seite etwas mehr angezogen, wo die Ruhestellung verringert ist. Das ist ein Beispiel für die Aufmerksamkeit, die die Schwanzwirbel in den Hälften und die Schwanzwirbel. Das ist das Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020